Ich bin heute für euch bei der Firma Yard hier in der schönen Steiermark in Österreich. Yard steht für Yamaha Austria Racing Team und ich denke es gibt kaum einen Ort wie hier, wo der professionelle Motorrad Motorsport und der Hobbysport beim Motorradfahren so eng zusammen liegt und der ein oder andere für euch hat sich bestimmt schon mal gefragt, wie eigentlich so ein richtiges Rennmotorrad für Hobby- oder Probifahrer entsteht. Wir sind hier genau richtig und deswegen schauen wir jetzt da mal rein. Kommt mit! So jetzt sind wir da in diesem Showroom in dem Eingangsbereich von der Firma Yard und schaut euch das einmal an. Was wir da haben, das ist irrsinnig. Also da kommt jetzt quasi der Kunde rein und tut sich treffen mit Mandy zusammen und macht einmal ein Verkaufsgespräch oder Analysegespräch eigentlich, weil im Endeffekt ist ja eigentlich erst einmal entscheidend, was braucht denn der Kunde überhaupt, ich als Fahrer, du als Fahrer, was hast denn du überhaupt für Bedürfnisse, was hast denn für fahrerisches Können, welche Rennstrecken fährst du denn und was hast du für Erfahrung. Das wird natürlich hier besprochen und dabei kann man sich natürlich auch gewisse Ausstellungsfahrzeuge hier anschauen aus der JSB oder aus der EWC oder auch Motorräder, die eventuell so sind wie dein zukünftiges. Sehr interessant. Schauen wir uns einmal ein bisschen hier den Showroom an. Hier drüben sind ein paar einzelne Teile. Da kann man dann besprechen, welche Dremse, welches Federbein, welche Auspuffanlage. Wirklich absolut genial. So, da werden natürlich keine Kosten gescheut und dann werden dann die Teile hier aufgezeigt, dass man sieht, was gibt es denn für verschiedene Bremspumpen, was gibt es denn für einen, wie schaut denn der Kühler aus, den ich für mehr Geld kaufen kann, was für Federbeinsorten oder Lenkungsdämpfersorten gibt es denn. Unter anderem werden hier natürlich auch Teile selbst hergestellt. Schauen wir uns später an, im Betrieb drüben in der Werkstatt. Aber das ist natürlich hier ein guter Bereich, um dem Kunden dementsprechend aufzuzeigen, was hat er denn für Möglichkeiten, was kann man verbauen, was sollte man verbauen und so weiter. Ich denke, das ist auf einem sehr hohen Niveau. Natürlich darf fürs Auge natürlich nichts fehlen. Hier haben wir Originalteile einer Yamaha M1 von der Nr. 46, Valentino Rossi, absolut richtig gehört, hier eingeschweißt im Glaskasten, damit keiner Randdacken, nichts verstaubt und so weiter. Absolut Originalteile von der Bremsanlage, dem hinteren Federbein, der vorderen Bremssättel, hinten das Heck, die Gabel ist mit drin, sogar Ventile sieht man. Also wirklich sehr interessant, dass Yamaha die Werksabteilung, Factory höchstpersönlich, Yad hier das zur Verfügung stellt. Heißt eigentlich schon, welcher hohen Stellenwert hier Yad bei Yamaha hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Serienmotorräder bei Yad zu kaufen, wie hier diese schöne 2020er R1M. Von der kann man entweder aus aufbauen oder man kann auch sagen, ich möchte gerne das Originalmotorrad haben, das ist natürlich auch möglich. Yad hat nämlich vor dem Lager ein paar originale Motorräder stehen. Ich denke, das sind genug da, um sich ein paar abzuholen. Hier haben sich natürlich auch einige Rennfahrer verewigt mit ihren Lederkombis, währenddessen sie in dieser Zeit bei Yad gefahren sind. Wir haben hier Bradley Spiff, wir haben Marvin Fritz, wir haben Brock Parks und natürlich auch Max Neukirchner, der hier für das Langstreckenrennen für die EWC für Yad schon gefahren ist, wo sie doch einige Rennsiege auch erzielen konnten in den letzten Jahren. So, dann geht dann der Mechaniker durch das Lager hier oben, wo immer alle Teile in Hülle und Fülle vorhanden sind, auf Lager sind, in sämtlichen Variationen, wie sie eigentlich zu bestellen sind und tut sich mit seinem Einkaufswägelchen quasi alle Teile für das jeweilige Motorrad, für die jeweilige Bestellung, Kundenbestellung zusammenzuhnen und geht dann runter in die Werkstatt für die Montage. Also hier haben wir wirklich alles vorhanden, Federbeine, Gabeln, Übersetzungen, Bremsen, Kabelsätze, Kabelbäume, Kits, Steuergeräte, Ritzel etc. Also hier ist alles vorhanden, Felgensätze mit Hülle und Fülle, Verkleidungen, Heckraumen. Also wirklich in übelsten Massen, einfach aus dem Grund, damit auch im Falle eines Sturzes oder einer Reparatur einfach extrem schnell geliefert werden kann und nicht erst irgendwie die Teile aus Japan bestellt werden müssen oder so weiter. Es kommt auch noch dazu, dass für manche spezielle Teile Yard quasi für Yamaha die Teile herstellt, auch CNC-Fräsungen macht und deswegen auch dementsprechend unabhängig ist, was die Lieferung anbelangt und somit quasi dem Kunden direkt aus einer Hand besorgen kann. So, währenddessen hier jetzt von der MotoGP-Mechaniker die EWC-Motorräder für 2020 zusammengeschraubt werden, ist hier auf der anderen Seite zum Beispiel einmal ein zerrupfter Serienmotorrad, das hier quasi für den Umbau, für den Rennstreckenumbau vorbereitet wird. Da werden natürlich dann die teilweise Original-Bauteile rausgenommen, um diverse Kit-Kabelbäume, Kit-Steuergeräte einzubauen, Federbeine umzubauen, Gabelbrücke, Gabel etc., Bremserei, das volle Programm. Da werden die erst einmal nackig gemacht, die originale Verkleidung wird schön sauberlich verpackt und weggeräumt, wahrscheinlich für irgendwelche Ersatzteilträger benutzt und hier steht dann das Rohgerät, das dann hier rüberkommt zum nächsten Mechaniker, wo dann die ganzen spaßigen Teile, die wir uns vorher schon im Lager angesehen haben, verbaut werden. So, dann kommt das Motorrad rüber und das ist jetzt in dem Fall das Superbike vom Saigerhorst. Das schaut jetzt noch ein bisschen radikal aus, sie sind aber sehr motiviert, denn heute ist Mittwoch und das Motorrad soll am Freitag ausgeliefert werden. Für uns sieht das jetzt ein bisschen radikal aus, aber im Endeffekt sind da die wichtigsten Sachen drin. Die ganze Elektronik ist fertig, die Gabel ist fertig, die Bremserei ist fertig, da fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen Verkleidung und Tankhaube und der Tank persönlich, aber das ist gar nicht mehr so tragisch für die Profis, denn das wird noch ein paar Stunden dauern, dann ist das Motorrad auslieferungsbereit, kommt auf den Prüfstand und genau da gehen wir jetzt hin. So, jetzt habe ich mal den Mandy bei mir, den Chef von der Firma Yard. Mandy, grüß dich. Servus, hallo, grüß euch. Geht's gut? Ja, passt schon. Du, ich habe jetzt schon ein bisschen beschrieben von dem Serienmotorrad zum Superbike zum Rennmotorrad. Wir haben jetzt da in dem Fall ein Saiger Horst sein Motorrad und jetzt kannst du mir vielleicht einmal ein bisschen sagen, ich meine, man sieht ein bisschen augenscheinlich, aber was ist denn da jetzt alles entrinnert vom Serienmotorrad weg? Bei Saiger Horst sein Motorrad, der ja eigentlich jetzt für die Road Raising nicht einem echten Reglement folgen muss, weil Macau, wo das nächste Einsatzrennen stattfinden soll für ihn im November dann, muss das Motorrad zwar ein Rad haben, das ist es. Das heißt, da probieren wir doch was Schnelles hinzubringen, muss aber fahrbar sein. Das heißt, Macau, wenn der durch die Heißerschluchten dort fährt, ist die Handlichkeit und das gute Gefühl des Motorrads wichtiger, als wenn er jetzt mit einem 300 PS MotoGP-Motorrad daherkommt. Da treten wirklich manche mit MotoGP-Motorrädern. Allerdings ist die Fahrbarkeit und das Gesamtpaket wichtiger als die abartige Leistung, weil es kommt dann nächste Kurven und die Hausmauern warten überall. Also von dem her muss er sich wohlfühlen, damit er dort schnell fahren kann. Was wir für den Horst da zusammen haben, ist, dass wir das Motorrad vom Horst haben wir wirklich mehr oder weniger in Teilen aufgebaut, weil wir vom Originalmotor nicht sehr viel übrig gelassen haben. Außer den Hauptrahmen und den Basismotor, Airbox, haben wir nichts mehr vom Standard-Motorrad genommen. Also da ist wirklich, da ist ein Rahmen hergekommen, wir haben einen Motor hergenommen, Innereien jetzt seid ihr hingestellt, was da drinnen ist, aber einen Rest haben wir aus Ersatzteilen gebaut, sind R1 ähnlich, hat aber mit R1 nicht allzu viel zu tun. Da kommt natürlich eine 42mm Superbike-Gabel rein, mit dazupassenden Lenkern, dazupassenden Gabelbrücken. Lenkungsdämpfer können wir dann mit anderen Gabelbrücken nicht mehr quer montieren, brauchen wir einen seitlichen. Der seitliche Lenkungsdämpfer ist für das Gefühl auch besser, die Fahrer, darum auch beim MotoGP Motorräder wird immer lateral montiert. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, jetzt hast du gesagt, das Motorrad muss für den Horst jetzt extrem fahrbar sein, was natürlich sich für einen Hobbyfahrer auch nicht schlecht anhört, weil der sagt, ich will ein zugängliches Motorrad haben, wo ich ein Motorrad habe, das ich spüre, wo ich vielleicht nicht maximale Leistung habe, sondern eben die Zugänglichkeit. Welche Faktoren und welche Bauteile an so einem Motorrad machen das dann so speziell aus? Was kann jetzt der Hobbyfahrer bei dir ordern, um genau so eine Zugänglichkeit zu bekommen? Ich muss dazu sagen, dass jetzt die Superstock-Motorräder, die wir machen, von der Handlichkeit extrem handlich sind. Sobald du aber irgendwas in dieser Gleichung, in einem Parameter änderst, ein anderes Federbein, eine andere Gabel, zerstörst du diese ganze Balance. Und das ist das Hauptproblem bei einem Superbike. Dass es nicht ist, dass es heißt, die Superbike-Gabel, okay, die kostet 15.000 Euro, die ist jetzt um das besser. Nein, das ist überhaupt nicht so. Die ist bei Weitem steifer, aber das macht das Motorrad natürlich viel unhandlicher. Warum steifer? Weil der Motor einfach bei einem Superbike dann um einiges stärker ist. Und allein der starke Motor, die Balance von so einem Superstock-Motorrad, zerstört. Ein Beispiel bei unserem Motorrad. Unsere Motorräder sind dann da drüben. Wir haben Motoren, die haben um 25 PS mehr. Die halten zwar leider Gottes nur 1.500 Kilometer, also maximal 8 Stunden. Und wir sind in Le Mans testen gewesen. Wir haben wirklich das starke Motorrad probiert, was wirklich unglaubliche Leistung hat. Und dann haben wir natürlich müssen jetzt 24 Stunden Motorrad testen, was 24 PS weniger hat. Und schau her, die waren um eine halbe Sekunde schneller mit einem langsamen Motorrad. Weil es ganz einfach der Unterschied ist, wo sie schon ans Gas gehen können, was mit einem Superbike wirklich warten musst, weil da kriegst du einen Peitschenschlag ins Kreuz. Mit einem langsameren Motor, was man vielleicht unbedenklich erfahren kann, auch wenn man müde ist schon, wo man nicht bei jedem Prozent, von was man Gasgriff öffnet, Angst haben muss, wo sie kommt, ist man schneller. Und die Sache ist, bei einem Superbike, wenn wir den Motor verändern und viel mehr Leistung einhauchen, ist die komplette Balance, was jetzt ein Kundenmotorrad hat, zerstört. Also ich habe da ein Beispiel, ein bekannter MotoGP-Fahrer hat von unserem Motorrad gekriegt. Der ist auf einer MotoGP-Strecke mit Standardmotor, mit einem Fahrwerk, das wir Standard verkaufen, also abgestimmt unser Kundenspec, hat er es ja privat gekauft, weil er ein Fahrer von einem anderen Hersteller ist, um 1,5 Sekunden langsamer gewesen, wie der Casey Stoner Rundenrekord dort in der MotoGP. Und das mit 49 Runden alte Bridge-Standreifen. Also dann war es das Potenzial von so einem Motorrad mit einem Standardmotor. Superbikes sind in aktueller Spezifikation nicht motorisch um so viel besser. Die sind besser, aber du schaffst Probleme, die du vorher nicht kanntest. Das Chassis ist wirklich die Balance von der 1, was die 1 so stark macht, ist der Motor, was sicher nicht so stark ist wie ein BMW Motor oder ein Honda Motor. Diese Ausgewogenheit, dass du einfach mit dem so schnell bist, ist die Balance vom Ganzen, wie die M1. Die M1 ist weder der schnellste Motorrad, aber die Balance ist, du sitzt auf das Ding drauf und bist schnell. Und sogar ein Rookie kann einen Werksteuer herbrennen damit. Und jeder, der auf eine M1 sitzt, nicht nur der Fabio draufgesessen ist, war mit der M1 sauschnell. Ein Zarko war auch sauschnell, ein Dovizioso war schnell, ein Gratschler, alle waren schnell mit dem Motorrad. Ein Volga war schnell, alle. Das heißt, das ist so ausgewogen, das ist für jeden, jedermann so leicht zu fahren, das Motorrad. Und das Gleiche haben wir mit der 1. Du sitzt auf das Motorrad drauf, wir haben jetzt gerade da eine Kundschaft gehabt, der nach 13 Runden seinen Streckenrekord in Rijka gefahren ist mit dem Motorrad, was er vorgeistern gekriegt hat. Also von dem her müssen wir sagen, das ist das Gesamtpaket und das ist wichtig. Ist es denn auch so, dass jetzt zum Beispiel, mir erreichen ja viele Fragen, dass ein Hobbyfahrer so ein typischer Hobbychauffeur, der in Brünn meinetwegen ein 2.25 fährt oder so, der sagt zu mir, ja das rentiert sich gar nicht, dass man so ein Motorrad kauft. Kann man das pauschalisieren oder hast du auch für den ein Paket oder ein Setup, ein Zugänglichkeitssetup, wo der trotzdem auch diese Einfachheit der R1 zum spüren kriegt? Also ich kann da auch den Hobbyfahrer, der in Brünn 2.25 fährt, garantieren. Wenn wir dann ein Rennmotorrad hinstellen, der kann gar nicht 2.25 fahren, da muss ein Verkehr darum sitzen, das geht gar nicht. Das Motorrad fährt dorthin, wo du hinschaust. Und das ist das Wichtige und das ist halt, wir haben die riesen Datenbank und so viele Kundschaften, dass wir jetzt Gott sei Dank nach 10, 15 Jahren wissen, was in eine 1 reinkehrt. Und das ist ungefähr zu vergleichen. Du kannst ein normales Motorrad kaufen, wie einen normalen Ski und dann stößt dich auf die Streife. Der sagt dir, ich bin ein Hobbyfahrer. Ja, aber du willst auch in Kitzbühel runterfahren, gleich wie jetzt Hermann Mayer gefahren ist. Mit dem Werkzeug, was du da in der Hand hast, kannst du gar nicht schneller und bist viel gefährlicher unterwegs. Wenn du sagst, ich entscheide mich für die Rennstrecke, dann ein fix fertig abgestimmtes Motorrad kaufen. Du bist einfach schnell, ob du willst oder nicht, weil das Motorrad tut das. Natürlich kommst du mit einem serienmäßigen Motorrad, der sagt, ich fahre nicht viel und ich fahre nicht schnell. Das ist genau der Missglaube. Du brauchst ein gutes Motorrad, weil es kochen alle noch mit Wasser. Und das Motorrad hat so viel Elektronik, das ist so leicht schnell zu fahren mit so einem aufgebauten Motorrad. Du tust dich wirklich schwer, dass du langsam fährst damit. Also von dem her, gerade für solche Leute lohnt es sich, ein Motorrad zu kaufen, wo so viel Know-how eingeflossen ist, dass du selber kein Vorwerkstechniker mehr brauchst, selber kein Elektroniker. Gerade dann macht es Rennfahren erst richtig Spaß und das kostet zwar am Anfang ein bisschen mehr Geld, wie gesagt, ein echtes Rennmotor kostet nicht viel Geld, wenn du schaust, was ein Standard Ducati und so schon kostet. Dass sich die Investition, sich einen Sturz oder zwei Stürze zu sparen, immer lohnt ein fix fertig aufgebautes Rennmotorrad zu kaufen, das vernünftig abgestimmt ist. Natürlich spielt es schon eine Rolle, wer das aufbaut. Dann braucht man auch keine Haubenköche, wenn jeder gleich kocht. Wir wissen, wir haben eine Balance von den Motorraden, die funktionieren gut und deshalb verkaufen wir so viele Motorraden. Und die sind auch so groß geworden, weil die Leute mit dem Motorrad zufrieden sind. Und das ist das wichtig. Und gerade für einen Hobbyfahrer zahlt sich sowas mehr aus, als für einen GP-Fahrer. Ein GP-Fahrer, der kann auch schlechtes Fahrwerk handeln. Ein Hobbyfahrer ist überfordert damit. Ganz einfach. Der braucht was, dass das hält. Das ist, wie wenn du Ski ohne Kanten hast. Ist das viel schwieriger zu fahren, als wenn du Kanten hast. Und das ist der Unterschied. Aber wahrscheinlich kann der Hermann Mayer ohne Kanten noch immer klasse die Schleife runterfahren. Und du liegst schon auf der Nase beim Start. Das ist der Unterschied. Nein, ich kann das ja bestätigen, was du sagst. Ich meine, das ist wirklich verblüffend, wie einfach man mit der R1 schnell fahren kann, ohne dass man sich eigentlich darum wirklich Gedanken macht. Und selbst wenn ich heute, also jetzt bin ich Langstreckenrennen gefahren und habe mir wirklich bewusst gefahren, fast 45 Minuten, jetzt nimmt er ein bisschen raus. Und dann bin ich nur eine Sekunde langsamer gefahren, als ich überhaupt hätte fahren können. Und habe aber mir gedacht, naja, das ist eine ganz ermittliche Runde. Und dann war es nur eine Sekunde langsamer. Das ist schon verblüffend. Danke auf jeden Fall für das Know-how und für die Tipps. Ich hoffe, ein paar da draußen haben sich ein bisschen ein Bild machen können, dass es auch für einen Einsteiger oder Abifahrer durchaus eine Option ist, sich so ein Motorrad vom Mendy aufbauen zu lassen. Ich schaue jetzt rüber zum Prüfstand und schaue mir das einmal an, wie die Motoren da abgestimmt und eingefahren werden. Also, danke dir. Bis dann. Viel Spaß. Bis dann. Ich bin jetzt da in der Kammer des Grauens, kann man fast sagen, vom Geruch her zumindest, aber ich denke eher, da werden ganz tolle Sachen gemacht. Der Christian ist neben mir. Der Christian hat hier einen Prüfstand für das Motorrad. Und Christian, was machst du da so? Ja, wir stimmen das Motorrad vorher erst einmal ab. Also zuerst, bevor wir abstimmen, tun wir mal einfahren. Und dann wird das Motorrad abgestimmt, dass es möglichst viel Leistung hat und nicht kaputt geht. Als du jetzt gerade sagst, einfahren, unter einfahren, stellt sich der ein oder andere da draußen vielleicht vor, naja, 2000 Kilometer auf der Landstraße fahren, fährst du da 2000 Kilometer auf dem Prüfstand? Das wird sich dann für die Auslieferung heuer nicht mehr ausgehen. Nein, wir machen das, ich habe mir da was überlegt und seit wir das machen, funktioniert das eigentlich recht gut. Wir haben sehr gute Rückmeldungen, die Motoren gehen nicht mehr so schnell kaputt. Und das Ganze dauert so 30 Minuten, 25, 30 Minuten und dann ist das Ding eingefahren. Okay, also du lässt das so raushören, du hast da ein geheime Rezept dafür. Geheim Rezept würde ich nicht sagen. Ganz einfach fahren, ein bisschen warm fahren, das ist ganz wichtig. Schauen, ob irgendwo Lecke sind. Und dann fährst du das Ding einfach mal 25 Minuten, dann sieht man, was passiert und dann wird es einfach abgestimmt. Dann ist es sowieso eingefahren für die Rennstrecken perfekt. Ja, also mein Motorrad habe ich auch damals so gekriegt, heute toll. Hat nichts gefallen. Was hast du jetzt da drauf, ein R6 in dem Fall? Also, was hast du, ist da motormäßig was macht oder ist das ein Stockmotor? Nein, das ist ein ganz normaler Stockmotor mit einem anderen Auspuff und einer Kittelektronik. Und das tust du dann quasi auf den Auspuff in den Abstimmen oder so? Genau, richtig. Hast du da starke Toleranzen von einem auf den anderen Motor oder von einem auf das andere Motorrad, dass du sagst, da haben wir schon PS-Abweichungen oder ist es immer wieder gleich? Es ist ähnlich, es gibt natürlich überall Toleranzen, sagen wir mal so. Es ist aber sehr ähnlich. Und wie hoch handen die Toleranzen so, wenn du sagst? Bei der R6 nicht so hoch, 3 bis, oder kann man eigentlich allgemein an 3 bis 5 PS irgendwo. Das ist noch im Toleranzbereich, sagen wir mal so. Und bei der R1? Ähnlich, also ab 3 bis 5 PS, aber wie gesagt, das ist halt auf dem Prüfstand mit dem, was wir neu zusammenbauen, da kann ich garantieren, dass der Toleranzbereich richtig ist. Wenn dann irgendwann ein Motorrad herkommt, kann ich dann nicht mehr garantieren, weil ich nicht mehr weiß, wie es zusammenbaut ist. Und da rümmert habt ihr jetzt noch einen Prüfstand, wo man direkt einen Motor aufspannen kann, oder sehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Da kann man direkt einen Motor aufspannen. Ist eigentlich gedacht dazu, um Entwicklungen durchzuführen. Das heißt, so wie wenn man irgendwas testen will, für Superbike-Motoren oder Supersport-Motoren, Eingradung testen geht auch recht schnell. Das heißt, abstellen, aufmachen, umdrehen, nochmal probieren. Das heißt, da wird quasi der 24 Stunden für Le Mans Motor aufgespannt, wird 24 Stunden gegarkelt und dann wird einiges geschaut, ob geschaut oder noch erlebt oder was? Im Moment noch nicht, aber in weiterer Zukunft ist es so eigentlich geplant, ja. Alles klar, Christian, danke dir für deine Zeit. Jetzt schaue ich dir dann später noch zu, wenn du einmal ein schönes Motorrad da mal auf Touren jagst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag. Danke, ich dir auch. Danke. Danke. So, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass Yacht natürlich auch eigene Produkte herstellt. Und deswegen habe ich jetzt hier bei mir an der Seite den Kevin. Kevin, erzähl mal, was machst du denn da für Yacht genau? Also, ich mache die 3D-Zeichnungen, mache die ganze Kamm-Programmierung für die CNC-Fertigung. Zurzeit haben wir eben nur eine CNC-Fräse. Wir planen in Zukunft auch eine CNC-Drehbank zu kaufen, aber zurzeit sind es nur Fräsarbeiten, was wir machen. Drehteile geben wir dabei noch extern. Und ich mache eben vom Design von den Zeichnungen für die Teile bis hin zur Fertigung eigentlich die Planung und teilweise auch die Umsetzung. Okay. Und welche Teile für das Motorrad, dass ich dir der Zustauer jetzt vorstellen kann, es gibt ja verschiedene Teile, die ihr macht, aber was ist denn jetzt speziell, wo man sagt, das kann man jetzt nicht einfach irgendwo im Laden kaufen oder beim Motorrad-Teile-Zulieferer, sondern was ist jetzt diese spezielle Teile, die du quasi produzierst, kann man ja sagen, oder? Ja, also wir machen für Kunden, machen wir eben Teile wie Tankdeckel oder Schnellwechselsysteme oder Gabelbrücken. Ich meine, das sind eher Sachen, wo wir höhere Stückzahlen machen. Aber wir machen eben, was eigentlich der Grund ist, warum wir uns die Maschine gekauft haben, ist für unser Factory-Motorrad, dass wir selber Teile machen können oder Spezialteile dafür anfertigen, wenn wir was brauchen, was Spezielles, dass wir das auch selber fertigen können, beziehungsweise, dass wir Spezialteile in kürzester Zeit in der Hand haben. Weil, wenn wir das extra, wir können zwar vorher Teile zeichnen können, aber bis die dann fertig waren, also dass man die fertig in der Hand hat, sind oft zwei, drei Wochen vergangen. Und wie viel Zeit vergeht, wenn es das selber machen kann? Ja, wenn wir wirklich jetzt dringend was brauchen, reden wir von zwei, drei Stunden. Ja, Leute, da sieht man auf jeden Fall, das ist Professionalität vom höchsten Maße. Und die Maschine läuft jetzt gerade, was macht ihr jetzt im Moment? Jetzt im Moment machen wir gerade für unser Factory-Motorrad die Gas-Träggriffe, weil seit 2020 ist das Motorrad ja Gas-By-Wire. Und somit können wir nicht mehr die normalen Seilzüge verwenden. Und das Originalteil können wir auch nicht verwenden, weil wir nicht genug Platz am Lenker haben. Deshalb haben wir unser eigenes Gehäuse gemacht, was dann natürlich auch etwas Racing-mäßiger ausschaut. Und das Aluminium ist, das heißt, es um einiges mehr aushaltet. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Man baut sich einfach schnell seinen eigenen Gas-Träggriff. Schaut sich da ein bisschen mit rein, ich zeige euch das auf jeden Fall. Kevin, ich sage danke für die Auskunft und noch viel Spaß beim Abwarten. Danke, gerne. Jetzt bin ich quasi da in dem Gehirn der Firma Yard, der Motorenschmiede beim Sepp. Sepp, grüß dich. Servus. Du, es ist ja so, wir haben jetzt da schon einiges gesehen, die ganzen Rennmotorradl, die Superbike, ein Saiga-Seini. Und ich habe ein bisschen, was die Leute gesagt. Und es ist natürlich jetzt das Herz dem Motor ja auch ein Thema. Und es ist da die Frage, was machst du eigentlich an so einem Motor, wenn der auf die Rennstrecke geht, so ein Rennmotorradl? Was machst du an dem Motor so? Es kommt immer darauf an, was für ein Reglement, ob Stock oder Superbike oder EWC, 8 Stunden, 24 Stunden, das ist alles verschieden. Und für den Hobbyfahrer jetzt, wenn jetzt einer kommt, so wie ich, oder jemand da draußen, der sagt, er lässt sich jetzt vor Jahr so ein Rennmotorradl aufbauen und will ein bisschen investieren und sagt, ich habe noch ein bisschen ein Budget für den Motor über. Was würdest du denn da so vorschlagen oder was machst du an dem Motor so? Also im Endeffekt das Beste ist, wenn man Stockregeln mehr macht, ist vom Geld her das Interessanteste, bringt so ein 2-3 PS. Das heißt 2-3 PS, wenn man es richtig versteht, 2-3 PS und man muss aber den Motor aufmachen, oder? Ja, sicher. Okay, und was muss da an der Hardware gemacht werden, dass man 2-3 PS, wirklich echte PS kriegt an seinem Motor? Das Problem ist, dass es richtig viel haut ist, weil du alles messen musst. Also angefangen von Kolm über Laufspiel, über Kurvenlaufspiel, Pleuel, wie auch immer. Und das ist das meiste. Das heißt, es geht quasi darum, um Perfektion in den Kolbenspielen, in den Lagerspielen zu kriegen, um da dieses letzte Fünkchen an Leistung zu generieren. Ja, je weniger Reibung, desto mehr Leistung. Okay, quasi Tuning, das teuer ist, obwohl man nicht viel Material versenkt, sondern im Endeffekt lediglich die Arbeitszeit. Ja, ist richtig, aber du hast noch einen Vorteil, es ist mehr haltbar. Wie Standard, weil wenn du bei Standard spielen, bist du auch oft zu eng, dann wird es halt nicht so lange gehalten. Okay, und ist es auch so, dass die Motore, die jetzt vom gleichen Motorrad kommen, auch unterschiedliche Toleranzen, unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Maße haben? Oder kann man da sagen, man nimmt da Pi mal Daumen so ein typisches, besseres Maß, Kolbenspiel, Lagerspiel her? Es gibt, sagen wir so, es gibt einen Kolbenspiel und es gibt einen Lagerspiel, weil es ist nicht jeder Motor gleich. Also durchaus definitiv hohe Toleranzen im Motor. Und wenn man jetzt ein bisschen weitergeht und sagt, okay, ich möchte jetzt perfekte Toleranzen haben, aber ich gehe jetzt aus dem Stockreglement ein bisschen raus und investiere noch ein bisschen was in Hardware. Was wäre so das nächste, wo man sagt, da wäre das richtige Investor an Hardware? Das Problem ist, dass es dann richtig teuer wird. Also da sind wir auf Superbike-Niveau. Und ohne Nackenwellen und wenn tief will, dann haben wir keine Möglichkeit, sagen wir so. Okay. Okay, also das heißt, man braucht quasi mindestens dann die Nackenwellen? Ja, und dann fangen wir zum Kopf machen an. Und dann wird es teuer. Was haben wir bei meinem Motor eigentlich gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Dein Motor ist, sagen wir, haltbar Superbike. Haltbar? Haltbar. Ja, weil wenn wir ausgehen, dass die Superbike rechnet mit 1500 Kilometer, ist deiner haltbar. Ja, ich habe jetzt 3800 Kilometer gefahren und er läuft immer noch wie am ersten Tag. Aber ich denke, wie soll man jetzt dann einmal die Revision angreifen? Ja, das Problem zum Beispiel für dein Motor ist, natürlich fängt man an 5, 6 PS, nur ist es halt dann 2000 Kilometer weniger. Das steht dann in keiner Relation. Deswegen investieren wir jetzt lieber in ein vernünftiges Data-Recording, um da einmal zu schauen, wo noch bei mir zum Erholen ist und nicht an der Leistung. Das wäre für viele gescheit. Jetzt haben wir gesehen, jetzt habt ihr ja auch einen Langstrecken-WM-Motor, der 24-Stunden-Motor, der jetzt im August gefahren wird, der geht jetzt drüben auf den Prüfstand. Was steckt denn in so einem Motor drin oder wie machst du das, wie kann man das quasi garantieren oder was macht man dafür, dass man weiß, der hält die 24-Stunden-Folge? Das ist ja ein Riesenthema, oder? Ja, schon. Aber im Endeffekt fahren wir ein starkes Reglement oder fast fairer. Da geht es rein um Lagerspiele und ums Gute einfahren und das machen wir im Prüfstand. Und wie lange wird der Prüfstand da eingefahren? Der Christian fährt sicher 3,5 Stunden, 4,5 Stunden abkühlen und dann mappen, nochmal eine Stunde, dann ist er eingefahren. Das heißt, 2 Stunden Einfahren für 4,5 Stunden Rennen. Und danach kann man ihn quasi wegschmeißen? Nein, die letzten, also die, die funktioniert haben, sind wir nach 100.000 km draufgefahren, dann habe ich es geslegt und war eigentlich wie normal. Das ist schon heftig, 4,5 Stunden, dann schon lang. Ja, es sind knappe 4.000 km. Wahnsinn, ich bin 4,5 Stunden, das ist brutal. Ja, also sehr interessanter Einblick da in das Langstrecken-WM-Team, in die Motortechnik. Ich schaue jetzt dann noch um mich auf den Prüfstand, wenn der Motor eingefahren wird. Ich habe es ja schon im Prüfstand wieder gesehen und Sepp, ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir viel Spaß beim Schrauben und noch viel Glück in den 4,5 Stunden bei Le Mans. Danke, wünsche dir auch alles Gute. Danke, tschau. So, ich denke, wir könnten stundenlang hier durch diese Firma spazieren und uns alles anschauen, was die so machen und uns die Rem-Motorräder anschauen und träumen davon, dass man so etwas vielleicht zu Hause stehen hat. Was mich im Endeffekt am allermeisten beeindruckt, ist diese Perfektion und das alles, was aus einer Hand kommt und dieses Motorrad, das so irrsinnig einfach und schnell zu fahren ist. Diese Kombination macht das Ganze sehr, sehr einzigartig und die schon bereits vorhandenen Kunden von Yard können das durchaus bestätigen. Ich wünsche der Firma Yard natürlich oder dem Rennteam Yard in dem Fall natürlich auch viel Glück beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dieses Jahr im August. Leider ohne Zuschauer, quasi ein Geisterrennen, ihr könnt es aber im Fernsehen auf Eurosport verfolgen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr sowas noch öfter sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis dahin und tschau.